Ja, hier ist Kurti nochmal. Ich habe da, da denke ich schon die ganze Zeit drüber nach. Ich hatte doch mal gesagt, mit dem Bargeld, dass das so schmutzig ist, mit Bakterien drauf und so. Aber wenn ich da jetzt, wie die das im Fernsehen gesagt haben, wenn ich da jetzt beim Einkaufen mit dieser Plastikkarte bezahle, dann, ich weiß gar nicht, da gebe ich ja kein Geld aus. Und dann buchen die das von der Bank ab oder dann wissen die ja genau, was ich einkaufe irgendwie. Irgendwie die Bank weiß dann auch, wo ich einkaufe. Und was ich einkaufe, ob ich Würstchen kaufe oder Salat kaufe oder so. Irgendwie ist das komisch. Aber die sagen alle, das ist gut irgendwie. Ich mache mir da so meine Gedanken. Aber wenn die sagen, das ist gut, dann ist das wahrscheinlich auch gut. Ja, ich überlege da nochmal genau. Genau, ne?